Hallo meine lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zum Metro 2033, wo ich mich gerade schon mal verbrannt habe. Wieso soll ich hier immer die Glocke läuten? So, wir gehen jetzt hier nach draußen, nachdem ich das Lager komplett geleert habe von denen. Obwohl ich das nicht wollte, aber letztlich blieb uns ja eigentlich gar keine andere Wahl. Okay, wir schauen, dass wir hier eher ungestört weiterkommen. Wir müssen leider hier hin. Nach draußen, wo dieses Flugviech sein Unwesen treibt und wer weiß was noch alles. Ja, wenn ich mir das so angucke. Oh, ja, und hier sind noch mehr Faschisten. Wer sich direkt in die Arme lief. Geile Sache, toll. Aber wir sind hier draußen immer noch. Okay, also hier gibt es Faschisten und Dämonen, äh, nicht Dämonen, sondern hier diese, ihr wisst schon. Ja, Mutantenköpfe. Ja, sehr unfair. Und? Okay. Ah, die haben die Mutanten erledigt. Okay, ja, ja, meint ihr das? Okay. Hier bleibt keine andere Wahl, außer die hier zu erledigen. Toll. Das haben die doch nicht gesehen, oder? Da ist, äh... Haha. Ich glaube, der ist tot. Das ist voll geil hier. Na? Oder haben die mehr? Ne, der eine ist auf jeden Fall tot. Ja. So. Komm doch. Äh, ja. Komm. Ah, ja, der ist... Nicht tot. Auf jeden Fall bin ich hier nicht sehr sicher. Wir nehmen mal dieses schöne Brachtstück. Und schauen mal, ob wir damit ein paar erledigen. Ja, ich glaube, das war gut. Oh, auch nicht so gut, dass er hier... Ja. Lebst du etwa noch? Das gibt's nicht. Der lebt noch. Ja, jetzt ist er tot hier, hä? So, wir wären noch weiter hier. Oh, oh, oh. Geile Sache. Direkt mal dagegen geschmissen. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter nach vorwärts. Und dann... Eigentlich hätten wir sie auch so erledigt. Wenn da jetzt nichts passiert, warum mit uns? Hier ist ein guter Hinterhalt, oder? Also hier... Ich muss unbedingt hier die Station beschützen. Ja, Feuer einstellen, sagt er. Aha. Okay. Hä? Da tut er hier mal... Okay, wir müssen aufpassen. Ja. Hätte vielleicht lieber... Ja. Ja. Hä, 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 hä. Und ich tötere noch mehr! Oh, oh. Wen hab ich noch erledigt? Ja. So, und nimm das. Hä, hä, hä. Ich glaub, ich hab noch jemand erwischt. So. Ja, klein und stück Scheiße, ja. Natürlich. Ich hab dich erledigt, würd ich sagen. Ja, und noch ein Schuss. So. Ich fühl mich fast wie ein Sniper. Lust, dass ich kein Sniper-Gewehr hab. Oh, komm schon. Ist er tot? Ist er tot? Ich glaub, ja. Oh, da will ich mich immer noch umrunden, hab ich das Gefühl. Hier, du. Ah, da zieht er mal eine neue an. Wow. Der wollte mich ja schießen, glaub ich. So. Ein bisschen Dings hier nehmen. Dann können wir ja mal die andere Waffe austesten. Okay, ich würd' sagen, wir können den auch ein bisschen auseinander nehmen. So. Damit hab ich wieder einen ganzen Trop erledigt, oder? Oder versteckt sich hier noch einer? Hä? Oh, oh, oh. Hier ist keiner mehr. Ja, ich bin hier gerade am Plündern, also lass mich das das machen. Kann ich hier hin? Schaut mal hier. Hier kann man natürlich auch runter. Das ist gar kein... Das ist cool. Dass ich hier unten auch noch hin kann. Mich verstecken kann. Vor diesem Typen da eben. Oh. Da bin ich auszusehen auf den, naja, Knopf gekommen. Zum Schießen. Ja. Ich find hier leider keine Leute mehr, die ich hier umledigt hab. So. Hier, der hat auch Granaten. Den hatte ich auch erledigt. Na gut, egal. Wir haben hier genug geplündert, glaub ich, oder? Aha, nee. Hier hab ich noch ein bisschen... Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir irgendwo weiter. Nur wohl lang müssen wir jetzt. Aber keine Ahnung. Aber ja, wir werden schon den Weg finden. Zur U-Bahn? Geht's hier wohl lang? Oder ginge es, wenn hier nicht alles verschneit wird? Na ja, super. Also muss ich da rüber, würde ich sagen. Also gehen wir diesen Weg hier. Ja, das war keine gute Idee hier. Äh, ja. So. Kann ich hier hoch? Sehr schön. Ich wollte hier eigentlich auf das Ding springen. Aber das geht nicht. Dann... Oh, 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 ja. Lass mich hier. Ich muss... Wow, das hat mich töten können. Okay. Also den Weg können wir auch uns sparen. Da können wir nicht hin. Dann müssen wir wohl über einen anderen Weg finden. Aber wo denn hin? Bist du dir überhaupt drüber? Für die Eichler sagen, ja. Aber normalerweise schon, würde ich denken. Was haben wir ja nicht. Na gut. Dann gehen wir doch hier lang. Äh, aber hier geht's auch nirgendwo weiter. Schaut nur hier. Die eisige, äh... Kälte... Umgebung. Kaltumgebung in jedem Fall. Nicht Kältung, also die Kälteumgebung. Ja, die Kälteumgebung. Fast doch. Hä? War da was? Egal. Da, wir sehen auf der Uhr noch. Cool, wir können ja auch so auf die Uhr starten. Oh, hier sind wir wohl zu nah an dem radioaktiven Zeugs. Okay, dafür... Kann ich nichts... Also hier bin ich wieder am Anfang. Kann hier lang. Ne. Geil. Ja, was mache ich jetzt hier? Hahaha, sterben. Ja, ja, ich versuche hier... Ich bin hier runtergefallen. Ja, meiner kann grad nicht mehr. Toll. Das war's für uns. Dann... Dem nicht. Sind wir wieder hier. Joho. Dann erledige ich mal diese Typen nicht, sondern... Toll. Ich bin schon wieder hier. Wow. Ich bin so geil drauf. Ja, komm doch. Geh da rauf. Hahaha. Nein. Ah. Okay. Ja, ich... Ich bin gerne am Sterben scheinbar. Hahaha. Man stirbt ja auch auf vielseitige Art und Weise. Wenn ich das mal sagen darf. Da. Wir schauen, dass wir hier nach hinten kommen. Vielleicht brauchen wir die ja. Ja. Jemand verletzt? Nein? Ne. Okay, dann gehen wir. Oh. Der war ziemlich groß. Ja, das stimmt wohl. Ja, geht der jetzt. Ja. Gegen die paar Leute werden die doch ankommen, die Station, oder? Ah, der Typ ist aber nicht so leicht, umzubringen. Der beachtet alles. Ja. Aua. Ich bin kein Speer. Ich bin gar kein Speer. Ich bin nur ein Wanderer. Ich bin ein Wanderer, der hier durchgewandert ist. Leider wollten die das nicht akzeptieren. Na gut. Ich werde die hier einfach erledigen. Denn die erledigen mich sonst. Hatten wir nicht hier extra noch... Ja. Die nehmen wir. Okay, wir müssen... Die angreifen. Ja. Ja. Hier. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Das hat nicht so gut funktioniert. Oh, oh. Okay. Ich glaube, den habe ich erst mal erledigt. So ein paar davon. So, wir müssen irgendwo hinter einem neuen Schutzwall gehen. Ah, toll. Ja, hier. So, auch tot. Okay. Warum hat man hier immer Feuergefechte, hä? Man will doch nur überleben. Ja, das hast du wohl nicht gerechnet, hä? Dass du so einfach sterben könntest. Okay. Hier haben wir auch noch Granaten. Von der Leiche bekommen. Ja, mach das. Und vor allem sei es so laut, dass ich... Wow, wow. Der hat mich gar nicht... Den hab ich ja... Der hat es schlecht geschossen. So. Scheint nicht, dass du mich umgebracht hast. Würde ich mal behaupten. Haha. Du warst kein schlauer Kollege. Definitiv nicht. Nicht jeder konnte meinen Granaten entkommen. Soweit ich das gesehen habe. Eine gut platzierte Granate sorgt eben für alles. So. Vielleicht geht es ja hier irgendwo weiter. Ein Weg durch die Löcher. Können wir uns durch die Löcher hier bahnen? Ich glaube, nein. Die sind alle irgendwie miteinander verbunden, die drei hier. Und hier können wir auch nicht weiter. Nee. Also wir sind hier abgeschottet. Welcher Weg... Welchen Weg könnten wir denn hier gehen? Zeig mir doch mal jemand. Wir müssen irgendwie das Auto kaputt machen. Hier. Da müssen wir durch eigentlich. Da... Oder hier, aber... Naja, ihr seht ja. Hier geht es auch nicht weiter. Hier ist alles zugeschüttet. Aber da würde es definitiv runtergehen normalerweise. Das ist doch die U-Bahn, wo wir eigentlich lang gehen müssten. Dann müsste die hier ja so entlang gehen. Und da quasi hier auch so... Zwei hier so entlang. Drunter wahrscheinlich. Ja. Super. Das fröhnt mich ja riesig. Was ist das denn für ein dicker... Oh, hier geht es weiter. Voll geil. Wir haben es geschafft. Yeah. Ich hatte nur den Eingang hier entdeckt. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich muss das riskieren. Ja, die schwarze Station besetzt von den dummen Faschisten. Deswegen kommen die auch von dort. Logisch. Gut, dass er das erkannt hat und ich nicht. Ja, aufpassen. Oh, eine Wisch. Hallo. Oh. Und was? Was? Oh. Wer hat den denn erschossen? Mit einer Luftdruckpistole. Die ist hier beliebt. Hallo. Okay. Sehr schön. Hallo. Danke. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Pavel? Natürlich. Später. Ah. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwert. Oh, okay. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ja, danke. Wow, was ist das? Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Das ist eine... Wow. Ein richtig schönes Maschinengewehr, oder was? Oh, okay. Also den Generator abschalten. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Dann werden wir mal schauen, ob wir das können. Ob es hier überhaupt... Also da muss ich auch wahrscheinlich direkt... Hier geht es wahrscheinlich nicht weiter, ne? Okay, also den den Generator abschalten. Ja, wenn wir das getan haben, dann... Können wir einfach an der Woche vorbei. Okay. Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ah. Ah. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Ja. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Okay. So, du... Werde braucht das alles schon. Ja. Und wer denn... Was passiert hier? Ja. Wow. Flackiert ihn! Ja, okay. Ich wurde wohl entdeckt. Toll. Tot ist er. Ja. Stirb doch. Alter. War da noch einer? Warum laufe ich denn da? Also, dass der die Falle ist, habe ich natürlich da nicht gesehen. Wer... Bitte, welcher normale Mensch bot da bitte eine... Äh, ja. Ihr wisst schon was. Ja, natürlich, natürlich. Hier. Also, wer baut da schon so eine dumme Falle hin? Die könnte die eigenen Männer erledigen. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pan? Ja. Gib mir deinen Scheiß jetzt, oder hier. Schieß dich, Mann. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Verzüchten haben die Station buchstäbliche... Das kann ich mir vorstellen. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, musst du es einfach an der Wache vorbeizukommen. Soll ich dir ins Gesicht schießen, hä? 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 Danke. Für deine Freundlichkeit. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich warten. Danke. Danke, danke. Hey, ich wollte diese Waffe haben. So. Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ah. Ich weiß nicht. Hab sie seit... Das hat mir nichts, dass sie mich gesehen haben. Hier ist niemand. Ja, doch. Sie haben mich mal wieder gesehen. Voll geil. Hab ich ihn erwischt? Aua. So, tot ist er. Was ist das für eine geile Waffe eigentlich? Wir haben verletzt ihn! Ja, wir haben mehr als verletzt diesen Tod. Bist du auch tot? Ich glaube, er hat überlebt. Immer noch. Ah, sein Glück, dass er hier... Ha, ha, ha. Ich hab da aus der Deckung rauslaufen. Ja, ja, hier. Ich glaube, ich hab ihn noch erledigt. Ha, ha, ha. Ja, das lief ja sehr gut. Wo ist denn der Generator, den hier abschießen, abknallen sollte, also kaputt machen sollte? Hier ja schon mal nirgendwo. Ja, wenn die mich ja schon so hart bestrahlen, diese Typen. Vielleicht hätte ich mein Licht ja ausmachen sollen, aber dann hätte ich... Hätte ich ja nicht gesehen, was da noch auf mich so gewartet hätte. Aber das hier ist eine supergeile Waffe. Wieso mussten ja auch Scherben unbedingt rumliegen? Die mich hier entdecken? Ja. Gut, dass sie ihr Licht gemacht haben. Das hätte ich ja voll viel gesehen. Und trotzdem hat sie nicht geholfen. Ja, sie ist einfach mal gestorben. Durch meine Attraktivität. Hehe. Mit Waffen. Hier ist da eine lang gelaufen. Tja. Hat dir nicht geholfen. Ich hab den nur erwischt. Bevor du... ...geflohen bist. Äh. Ja, was war das? Okay. Vielleicht eine Ratte, ja. Du hast zurecht. Ratten sind hier überall. Ist hier was? Ja. Ja. Okay. Bereit machen, Leute. Da kommen wir Besucher. Ja, wirklich. Die meinen aber nicht mich, oder? Na, was sieht ruhig aus? Was passiert hier? Ja, weiß ich nicht. Scheiß Dosen. Was? Nichts. Ich glaube, ich kann hier weiter. Oder auch nicht. Bin hier wohl nicht ganz so gut in Sicherheit, wie ich gedacht habe. Aber? Toll. Jetzt bin ich natürlich hier runtergefallen. Ja. Okay. Komm doch. Komm doch. Wenn man doch bist. Ja. Noob. Hahaha. Den haben wir auch einfach mal richtig schön hardcore erledigt. Ja. Da habt ihr recht. Der hat mich ja leider entdeckt. Und ich bin leider runtergefallen. Sonst hättet ihr alle nicht sterben müssen. So. Wow, wow, wow. Okay. Ich glaube, wir sollten hier weg. Haben die sie jetzt selbst erledigt? Mit Granaten? Ich glaube schon. Den habe ich vorhin nicht gesehen. Idioten. Ja, die haben sich selbst erledigt. Wie kann man so schlau sein, eine Dynamitstange zu werfen? Haben wir den ausgemacht? Ich glaube schon. Sag gute Nacht, Mädchen. Ja, ja. Gute Nacht. Jetzt sehen wir hier wirklich nichts mehr. Wir haben es also erfolgreich ausgeschafft. Ja, nachdem wir hier... Nimm das! Scheiße! Scheiße, auch richtig hardcore Scheiße, Mann. Tja, das stand sowohl an der falschen Stelle, würde ich sagen. Ah, hier gibt es ja immer mehr. Wo muss ich überhaupt hin? Und... Was ist das? Egal, ich will nicht wechseln. Ja, ja. Bleib bla bla bla. Sonst passiert dies. Ja, ach. Komm schon. Langsam werdet ihr langweilig. Auf jeden Fall ist hier... Muss ich hier wohl lang? Wo geht es denn hier lang? Ist hier jemand? Hier ist ein Feuer auf jeden Fall. Ja, hier kann man sich schön verstecken, hä? Und die Arbeitsschwänzen. Nämlich Leute umzubringen, hä? Ihr habt die schwarze Station also... Vollkommen... Weiche? Äh, ja, ja. Bla bla bla. Stopp. Wieso... Kommt das jetzt? Na, jetzt bin ich hier wieder. Aber ich hab hier ja noch nicht jeden... Den hier erledigt hatte... ...ausgenommen. Dich hier zum Beispiel nicht. Ja. Das ist ja schön hier. Okay, also... Wir können hier ja wieder nach oben gehen. Wohl auch nicht. Doch, können wir. Okay. Wenn wir hier nicht runtergefallen würden... ...dann wären wir hier lang gegangen. Achso. Und hier ist auch noch was. Haha. Es lohnt sich Sachen durch zu checken. Würde ich mal sagen. Aber irgendwo sind hier noch Leute. Ich weiß nicht genau wo. Achso, da... Hä? Da ist auch noch einer. Schaut her. Geht da hin, irgendwie? Ja. Tut mir echt leid für dich, Kumpel. Aber das muss doch wohl sein. Ah, hier ist... Tja, ich nehm an, die sind hier unten irgendwo. Ja, hier. Da bist du hier. Ja, da bin ich. Da hast recht. Da hat er sich aber auch zu erkennen gegeben, dass er mal nicht gesehen hat. Boah, hier ist es gerade sehr eng. Wir haben hier einen echten Idioten. Ja. Da meint er euch, oder? Wow, wo denn? Ist hier da absolut gar nichts. Bereit machen zu markieren. Ja, komm. Die laufen hier her. Tja. Links! Ja, komm. Komm, komm. Flankiert ihn! Hier, wie kann man mich hier denn bitte flankieren? Abknallen! Ja, knallt mich ruhig ab. Zurecht! Ich weiß nicht, wo ich hier plötzlich wieder bin. Hier sind auf jeden Fall auch irgendwo Einheiten. Wir laufen hier einfach weiter, genau. Viel geiler. Hier. Hier warten die nicht auf mich, oder? Nö. Oh, hier ist es ziemlich... Hier gibt es ziemlich viel zum Durchchecken, würde ich sagen. Schaut das hier alles an. Ist da eine kleine Höhle? Kann ich da lang? Oder waren das wieder Hunde? Tja, ich würde dir, die hatten hier ein paar Besucher. Ja, hier können wir lang. Sehr schön. Ja, wir könnten hier lang, wenn hier nicht dauernd ein paar Mutanten auf uns warten würden. Hallo, ihr. Hier geht es weiter, hä? Ja, damit verlassen wir die Umgebung der Menschen und kommen wieder zu den Mutanten. Würde ich mal behaupten. So. Ha, ha, ha. Da gehen wir mal ganz schön nach oben. Schwarze Station, ja. Also werde ich kommen und sprechen. Viere. Die Viere. Nein. Ich krieg dich. Ich, hä? Ich verstehe nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Hat er mich gerade gehört, weil ich hier die Schränke aufmache? Das wäre ja unschön. Hier ist jemand. Okay. Ja, ich sollte vielleicht versuchen, an dem zu beizukommen. Meinst du, er steht auf? Meint ihr, er steht auf, wenn er mich sieht? Bist du ein Feind? Ja, ich glaube, er war ein Feind. Ah. Ich habe gleich einen erledigt, hä? Und noch einer. Ha, ha. Oh. Ich glaube, ich habe da noch einen gesehen. Ja. Darf ich dich nochmal erwischt, hä? Ha, ha, ha. Schau, wie der da voll durchschlittert. So. Ja. Du hast ja nicht lange hier durchgestanden. Das sieht ja geil aus, werdet. Schau. Oh. Gruselig hier, oder? Das ist ja Toilette. Ah, die haben hier auch vorher gesoffen, hä? Tja, der Typ. Ja. Es sind stets die Betrunkenen, die zuerst sterben. Oh, okay, Leute. Wir müssen hier, glaube ich, Schluss machen eigentlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von diesem spannenden Spiel. Und, ja. Schauen, was uns hier noch so alles passieren wird. Ja, also hier ist ja alles voller feindlichen Leuten. Ja, wie ihr seht. Diese ganzen Typen der Faschisten. Aber zum Glück erledige ich sie alle einfach mal so, ganz ohne Probleme. Ja. Weil ich diese geile Waffe habe. What the fuck? Der hat die ganze Zeit nichts gemacht, bis ich dahin kam. Oh, das war der falsche. Falscher Knopf! War wahrscheinlich nicht die beste Idee. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann gehen wir, weiß nicht, hier lang, vielleicht? Ne, nicht hier lang. Einen anderen Weg. Also, ja, jedenfalls gehen wir dann den Weg vielleicht? Ne, ich weiß noch nicht. Wir gehen jedenfalls irgendwo hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, meine Überliebenden. Bis zur nächsten Folge. In der Metro. Ciao, ciao.